Wie sieht ein Tag bei der Club Penguin Hollywood Party aus? Ich spiele in einem Science-Fiction-Film mit. Danach bin ich der Außenseiter, der wieder alles richten muss. Und mache gern meine eigenen Kunststücke. Und das Beste, meine Freunde jubeln mir zu, wenn ich meine Auszeichnung gewinne. Mitglieder werden zu Superstars bei der Hollywood Party.